Haben wir noch einen Speicherspyruiden? Sehr viele, aber in letzter Zeit. Summoner Yuna and Guardians, leave here at once. Gagazet ist Ronso Land, sacred Mountain of Yevon. The Mountain will not bear the footsteps of infidels. Enemy of Yevon is enemy of Ronso. Leave, traitors! I have cast aside Yevon. I... I follow the Temple no more. Then you will die by those words. So be it. Yevon has warped the teachings and betrayed us all. Nothing but a bunch of low-down tricksters, eh? Yeah, yeah! Yeah, yeah! We have no regrets. Blasphemers! A Summoner and her Guardians. Lord Kelk Ronso, if I may. Have you not also turned your back on Bevel? But still, you guard Gagazet as a Ronso, not a Maester. Yuna is much the same. Elder Kelk! Let Beeron ran them asunder! No escape! No escape! Not one! No, we will not flee. We will fight and continue on. You have been branded a traitor. But still, you would fight sin? Lost to the Temple, hated by the people, yet you continue your pilgrimage? Everything lost, what do you fight for? I fight for Spira. The people long for the calm. I can give it to them. It's all I can give. Defeating sin, ending pain. This I can do. Even sacrificing yourself. Ronso, let them pass. Summoner Yuna. Your will is stronger than steel. Tempered steel that even the mightiest Ronso could not hope to bend. Yuna, we bow to your will. Now go! The sacred heights of Gagazette, welcome you. We thank you. My neck is hurting. Xanarkin is on the other side. Let's do this. Do you think of anything yet? Äh, nö. Ach so, sie kriegt wieder mal die Krise. It's just a little farther now. Lulu? Yuna has grown stronger. Stronger, huh? I'd say it's more like she's driven. Don't you think? A little bit. That's why she's strong. She's still pressing forward. When weak people are driven, they can't go far before they break. She keeps going forward because she is strong. All right. It is as I thought. What is? Yevon is in turmoil. Micah tries to keep it whole, but it crumbles around him. Look, I couldn't care less what happens to Yevon. Because you are not of this world. To those who truly believe in the teachings. A time of much pain is coming. Ah ja. So, Kimahri. Biran and Yanke gone. That's so good. I wonder what they're up to. Eh, it's probably nothing. Biran is Hero of Ranzo. Yanke is powerful warrior. Great. I hope we don't have to fight them. Kimahri must fight. Kimahri must win. Ah ja. Äh, wir speichern einfach nochmal ab. Zur Sicherheit. So, und jetzt sprechen wir mal Opi an, ob wir weiter dürfen. Summoner Yunos words. They ringen clear. Oh Gott, du redest die eine Schlaftablette. Small voice, small frame. But a will, that towers over Gagazette speak. Ja, ja, ja. Wir gehen weiter. Abmarsch, Leute! Gebirgspass nördlicher Punkt. Da war ja der Spiroid der letzte, die wir noch für Oram brauchen. Und was jetzt? Haven't you bothered us enough? Summoner may pass. Guardians may pass. Kimahri not pass. Kimahri shame, Ronso brothers. Kimahri forget his birth. Forget his people. Forget his mountain. Little Ronso. Weakling Ronso. Mountain hate the weak. Hate the small. If you will climb. Then I must prove my strength. Think you will win? Ich hoffe. You not forget who took your horn. Never forget. Kimahri never beat brother Miran. Never win. This time I win. I will win. Why you? This some kind of Ronso thing? Kimahri problem. Okay, Boss battle with Kimahri only. Oh shit. Viron rend you asunder. Ich hätte ihn doch bei... Dings. Horde last. Horde last. Hey, hör auf mich zu mobben. Das ist Mobbing. Das ist Mobbing. Ich weiß, dass man viel von denen durch Dragonik lernen kann. Flamme erlernt. Flamme erlernt. Aber ich glaube... Wir nehmen mal den Nässe-Schaden auf alle. Einfach, weil wir es können. Autsch. Wie gut, dass wir zur Not Regenerer haben. Oh nein. Das ist gar nicht gut, dass die mir jetzt den Rücken fallen. Nehmen wir nochmal Yenke. Okay, von dem lernen wir jetzt nichts. Dann nehmen wir halt den. Oh, wir haben Wirbelkick erlernt. Ach, jetzt stehe ich ja schon mal passig. Können wir gleich nochmal einen Nasshauch machen. Es geht immerhin auf alle. Steht schon wieder von einer Seite auf der anderen. Ja gut, wir heilen. Kann ich das von dem erlernen? Den Himmelswind? Ja. Nehmen wir nochmal Dragonik auf ihn. Todesurteil erlernt. Feindtech. Halt HP der gesamten Gruppe. Wir setzen das jetzt auf ihn ein. Nun, das hat gut Schaden gemacht. Kann ich nicht noch was von dem lernen? Ne, erstmal nicht. Das auch können wir. Das auch können wir. Hm, Dragonik jetzt nochmal auf ihn. Und bitte lernen noch was. Nein, tut er nicht. Ne, ja, ich hoffe mich selbst. Ah, okay, der setzt Bodyguard ein. Aua. Das tut doch weh. Auf-Tackle. Okay, das macht nur 81. Er ist der Schwächere von beiden. Muss man sagen, er ist der Schwächere von beiden. Ah, der Kampf, der zieht sich noch ein bisschen. Mit Dragonik können wir denen ja auch ganz gut die MP ablutschen und uns auch selber heilen. Ich glaube, jetzt werden wir den Hampelmann da angreifen. Jetzt steht er allein und der kriegt auch ganz gut Schaden. Gut, dass wir einen Regenarrer reif haben. Was hat ihn umgehauen? Jawoll, der liegt. Jetzt ist Piran alleine. Oh, oh. Na, lernen wir. Nein, wir lernen nichts mehr, schade. Der setzt Tackle ein. Wow. Lieber nochmal Dragonik, in der Hoffnung, dass er jetzt nicht so viel Schaden macht. Und wir halten uns ja sowieso nochmal um 300. Alter, hörst du mal auf mit deinem scheiß Tackle die ganze Zeit? Ähm, 1.000, 2.000. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Jetzt nahm wir jetzt die ganze Dragonik ein und heilen uns dabei. Zwecks Regenarrer. Und dann hoffen wir mal, dass er nicht so viel Schaden macht. Ja, der wird jetzt die ganze Zeit Tacklen. Oh, 1.054. Ich setze eine Hype-Portion ein. Obwohl, ihr seht's ja, warum sag ich's? Aber der Kampf ist nicht einfach. Okay, das zieht auch 800. Muss der ja mal Tackle einsetzen? Das nervt. Nochmal Dragonik. Das macht zwar wenig Schaden, aber es macht Schaden. Boah, der geht mir mit seinem scheiß Tackle auf den Sack. Ja, dadurch hab ich noch eine zweite Attacke. Wunderherrlich. Und normaler Angriff. Auch nun, dass er bald mal tot umfällt. Ja, schon wieder Tackle. Okay, jetzt muss ich wieder ein Item einsetzen. Normale Hype-Portion reicht. Gott sei Dank, Regenarrerreif. Gott sei Dank, da bin ich jetzt so dankbar für. Das zieht immer um die 1.000 ab. Dragonik. Das ist so ein langsames... Na, ihr wisst, was ich meine. Nochmal Dragonik. Oh, ich hoffe, das reicht dann, dass ich dann über 1.000 komme. Müsste aber eigentlich. Ja, hat gereicht. Er setzt ja weiter den Tackle ein. Uhuhuhuhu. Boah, ich komm gar nicht richtig an durch den... Durch, das ist das blöde. Obwohl, gleich kann ich ganz normal angreifen. Angriff! Crit! Strike! Du wirst, Kimari Branzo. Ja! Uga, Uga! Ich weiß noch nie, was ich sagen soll, Losa. Uga, Uga! Okay, da hat er definitiv. Rückspiroid, Freundspiroid, Mysterien, Reif, Zerstörer-Faust. Nice! Uga bis! Undis! Bis!